Das ist mein neuer Nachbar. Und wie heißt er? Captain Fucktastic, so nenn ich ihn jedenfalls. Was für ein schöner Tag zum Joggen. Was geht nur in seinem Kopf vor? Sieht mein Arsch und diesem Rock nicht gut aus? In Anbetracht der aktuellen Stimmung möchte ich deine Körperform lieber nicht kommentieren. Freil wie ein Pfirsich, da will man direkt reinbeißen. Ach scheiß drauf, heute ist mein Tag, ich werde Partner, Baby. Große Neuigkeiten. Jemand in diesem Raum wird heute der neueste Partner von Summit Worldwide Sports Management. Wow, der Pass galt eigentlich Eddie. Haha, ja! Ich hab die Schnauze voll von diesem Männerclub. Ich rasse dir die Augen aus und fick dein Hirn. Ich fick deine Mom. Werbefuzzi? Nein, das war mein Bruder. Du willst die Mutter von deinem Bruder ficken? Die behaupten, ich weiß nicht, was Männer wollen. Ich hab ein Medium engagiert. Wo hast du die denn aufgetrieben? Facebook. Ich kann Ihnen helfen. Trinken Sie erst mal einen Tee. Der riecht ja wie Scheiße. Ach, das ist nur Minztee. Mal abgesehen von dem Gras, den Pilzen und dem Crack. Ich fühl mich so schräg seit gestern Nacht. Tja, das kommt davon, wenn Wodka auf Verzweiflung trifft. Hör auf damit! Kannst du meine Gedanken hören, wenn du das kannst, bin ich total gefickt. Ja, ich kann deine Gedanken hören und du bist total gefickt. Dieser Tee hat mich fertig gemacht. Haben Sie sich eingeschissen? Nein. Sie haben sich eingeschissen. Du hast dich eingeschissen? Nein. Ich hab übersinnliche Fähigkeiten. Sie können hören, was ich gerade denke? Nicht bei Ihnen, nur bei Männern. Na ja, du könntest das zu deinem Vorteil nutzen. Du hast recht. Zwei Riesen. Vollidioten. Ich blöffe nur. Die Salzstangen sind der Hammer. Ich lass mein Sperma einfrieren, mach Baby-Eis-Würfel. Was ist denn das für eine Scheiße? Guter Stoß. Schau dich an, die Frauen liegen dir zu Füßen. Kann schon sein. Warum sollte ich auch nur eine Sekunde mit einer anderen verschwinden, wenn du hier vor mir stehst? Ihr! Warum macht sie die Augen zu? Bin ich so hässlich? Scheiße, jetzt sind die Augen auf, aber sie guckt völlig irre. Warte! Wer bist du? Ich hab mir mal deine Maske ausgeliehen. Willkommen in Wakanda. Mundschirr, nicht atmen, sag einfach.